Hey Freunde und willkommen zum neuen Test. Wir testen auf jeden Fall mal die BKS-1 Bombenrohre von Pyroland. Stückpreis sind 2,50 Euro. Ihr habt eine NEM von 25 Gramm. Die normalen Single Baits haben 21 Gramm, wer sich daran erinnert. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus und zünden die zwei für euch weg und schauen uns gleich mal den Klang an und ob dieses Bombenrohr 2,50 Euro wert ist. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So, wir kommen jetzt zum Test der zwei BKS-1 Bombenrohre. Die kosten jeweils 2,50 Euro. Wir machen sie mal einzeln. Auch wieder vom Pyroland. Ja, ich finde der Knall könnte ein bisschen lauter sein. Also auf den Videos kam es irgendwann mal ein bisschen lauter vor. Mal schauen. Ja, okay. Es geht für F2. Also Freunde, für mich, äh von mir eine bedingte Kaufempfehlung. Ich denke mal die 7er und die 15er Variante, die wird sich da schon mehr lohnen. Also Freunde, macht's gut.